Das Hamburger Abendblatt ist die Zeitung für Hamburg und den Norden. Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Kultur für die Metropolregion. Nicht nur in der gedruckten Ausgabe, auch im Internet erreicht das Abendblatt Spitzenwerte. Im vergangenen Jahr steigerte Abendblatt.de seine Reichweite um 23%. Die Recherchen unserer Redakteure sind gefragt. Im ersten Quartal 2010 wurde das Abendblatt mit exklusiven Nachrichten von anderen Medien wie Heute und Tagesschau häufiger zitiert als die Welt oder Financial Times Deutschland.